Was geht ab? Was geht ab morgen? Oh mein Gott man Ich treffe mich für den Tag gleich in der Früh mit Berger, man Und Nuggets Und Nuggets Läuft Aber irgendwie hab ich da Bock, man Und der Bandbock Er fährt zu gestern... Ich hab da ja nur was... Das geht dann schon Verpasst Ein Festessen Kann er bei schlafen Schauen wir mal Wir fahren jetzt nach Stuttgart Relativ großes Turnier Tati seit über einem Jahr mal wieder Bei einem Turnier mit dabei Bei einem größeren Turnier Aber wieder mal Null vorbereitet Keine Zeit Keine Lust Aber... Wird schon nicht 5 Minuten was zu tun Und was essen Mhm Auch nicht gegen Grey das Spiel Ich wollte gerade sagen Du hast einen Kalt bekommen Dann geb ich mich geschlagen Nein Das wird bestimmt lustig was Ich freu mich nicht Auf der Fahrt nach Stuttgart Was geht ab Jungs? Das hat jetzt sein Deck gebaut Bist du zufrieden? Oh mein Gott, das läuft so krass Bestimmt, ich hoffe es End Aber ich denke schon Seid ihr zufrieden mit seinem Deck? Mit seinem Deck 3 Duft Main Beste Ich bin zufrieden Scheiß auf Ich muss nicht auf die Straße schauen Ich fahre einfach Beste Karte 3 Duft Main Ends gut Gegen jedes Deck Gegen alles Ends geklangen Alle kalt auf der Maul Schwer, sie wabbeln sie in Weihnachtsstückung Versuchst du mal so Kiosk zu lernen Das ist immer Das ist immer Das ist immer Du schierst nur so gut wie dein Meister Ich mach keine Handbremse Ich hab keinen Gang drin und keine Handbremse Wie ist das? 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 Hey, die war kurz und schmerzlos, man. Kurz und schmerzlos? Für dich? Ist die durchgegangen? Die Matte ist scheiße, man. Nimm mal auf, Alter. Nimm mal auf, gleich kaputt, Alter. Gleich kaputt, Alter. Eins von zehn Sternen. Ja, Alter, null von zehn, Alter. Nicht weiter zu empfehlen. Wieso? Finde ich schon, das Druck schon geil ist. Alter, das ist durchgegangen, Alter. Eins von zehn Sternen. Digga, du kannst doch nicht da was draufkommen. Und dann auf einmal ist es tot, Alter. Aber echt, Mann. Da war sogar unsere Matte noch größer. Es ist einfach nur nass, Mann. Digga, deine Matte ist scheiße, Mann. Junge, die hat den Wassertest wenigstens bestanden bei uns. Ja. Ja, Mann. Ein absoluter Härtetest. Ja, Mann. Okay, Jungs. Bist du bereit? Okay, wo ist die Location? Ja, da. Wo? Das ist Kahn-Jungen-Toast. Da. Bist du bereit? Ich bin bereit, Leute. Wie lief gestern so? Ich auch. Dein Chong. Die ganze geile Stack gehabt. Top vier. Dann haben wir leider gesplittet. So, das hätte ich vielleicht eigentlich nicht zu dir gewonnen. Aber heute würde ich mal schauen, wie so ein Stack läuft. Ich bin gut vorbereitet, Leute. Die zwei eher nicht so. Was für zwei? Ja, vielleicht schon. Ich gar nicht. Aber mir egal. Was denn? Ich würde sowieso besser abschneiden als die anderen. Ja, was denn? Weil ich einfach krasser Spieler bin, Mann. Was haltet ihr von der Location, Jungs? Irgendwie klein und so. Also, sie sind ja in der Halle, in der Wasserfallhalle. Das ist eigentlich ein New-Zentrum. Also, für den New-Zentrum ist es schon... Ja, ist okay, aber es ist recht eng, glaube ich. Ja, ja. So wie in der Tür. Ja, Mann. Für 150 ist echt ein bisschen klein. Wenn die hier 150 reinpassen, dann ist es aber richtig eng. Aber, mein Gott. Ja, Mann, das wäre geil. Das wäre geil. Das heißt Mausoleum, Mann. Ey, warte, das heißt Mausoleum. Er so, ich hab keine. Also, Tom, gib mir doch Mausoleum. Ich hab keine Mausoleum, Mann. Tom, lügt doch nicht. Du hast doch mal abgekackt. Ich hab keine, Mann. Er kommt, er kommt, er sagt, Tati, er hat keine. Er hat keine. Ich so, doch, er hat doch nicht. Er hat keine. Er hat keine. Ich so, er hat... Entschuldigung, hast du konnoziert. Er hat gesagt, ja. Ich so, ja, das war's. Aber er hat gesagt, er hat nicht gesagt, er hat nicht. Und, ich so, was? Er hat sich gar nicht konnoziert. Also, doch. Dann warte ich so, was? Er hat sich ganz getäuscht. Ja, Tom, gib mir schnell. Ja, gut, das wäre mal nicht. Also, die meine ich doch. Ich so, Missgeburt. Du hast Mausoleum gesagt. Ja. Ich bin stolz. Wie ist die Lage so? Was habt ihr so gesehen für Decks? Ja, viele Rends habe ich gesehen, oder? Ja, gar nichts. Ein paar Randoms hier, Satella habe ich gesehen, Pepe. Denkst du, deine Anti-Strategie geht auf? Boah. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass ich zumindest, wenn ich jetzt von, keine Ahnung, wie für 6, 7 Runden hoffe ich gegen 3 Panels spiele, dann geht meine Praktik auf, ja. Weil das ist eigentlich insgesamt münd, wenn ich so offene Dinge habe. Aber wenn ich jetzt gegen andere 6 spiele, dann kann ich schlecht kommen, aber mein Gott, ich muss halt raus sein. Auf jeden Fall echt nicht so klasse, wie ich dachte hier. Nee. Weniger los, weniger kleiner, alles. Ja man, echt klein eigentlich, die Location. Ähm. Es wird echt eng hier. Es wird echt eng. Auch riechen, glaube ich. Vor allem wenn du raus gehst. Aber zumindest schönes Wetter heute, oder? Wir können immer noch ein paar bis da draußen die Zeit verbringen. Ein paar Selfies machen wir und so. Wir machen das Beste draus, einfach. Das können wir nicht machen, oder? Das ist ein Bahnhof hier. Das können wir nicht machen, nur das Beste draus machen. Im Bahnhof. Ich fahr ein bisschen mit der U-Bahn rum. Oh mein Gott, wir haben sogar eine S-Bahn hier, oder? Ich würde sogar auch in mein Auto gehen und fahren lassen. Aber eher so, ich mache einen Sicherunfall. Ja, ich mache echt einen Sicherunfall. Warum ist echt so? Wie steht dir? 1-1. Gegen was hast du gespielt bisher? 1. Runde Inferno, 2. Runde Cosme. 1. Runde gewonnen, 2. Runde nicht verloren. Aber... Halbste Welt. Ansonsten... Wie findest du das Turnier bisher? Ich weiß nicht, man. Alles viel zu eng da. Wie war deine Steak-Demmel? Was? Wie war deine Steak-Demmel? Echt lecker, Mann. Echt saftig lecker, Mann. Ja, so an sich, ich weiß nicht. Es sind schon ein paar Leute gute, du spielst du dir da. Können wir schon was machen, aber die Location an sich ist das nicht so glückend. Aber das mit dem Essens-Macken und so finde ich gar nicht so schlecht. Ich liebe Essigwasser, dass ich irgendwie ein paar Kammel ziehe, oder? Weiß ehrlich. Oder? Das sieht ja eh nicht aus. Gegen was hast du bisher gespielt? Gegen zwei Cosmos. Weiter organisiert. Leute, ich habe Runde 3 verloren. So unverdient. Immer wegen Einzug zu spät. Ich hab ja immer getoppteckt, aber nein. Er hat Gegner mit dem OTK gegeben. Ich gebe Turnier auf. Was hast du gespielt? Gegen was? Ja. Gegen Pepe. Er hat einfach alles. Zu stark das Deck. Zu stark. Es gibt nicht genug gute Antikarten. Ich hätte auch Rayleigh spielen wollen. Rayleigh hätte alles entschieden gespielt. Rayleigh wäre echt krass gekommen. Ich dachte, du chillst mit dem Praktikanten. Er cheatet wie Sau. Der Praktikant? Ja man. Oh mein Gott, Cut! Der Cheatet sich Sau. Der Cheatet sich Sau. Der in den Totten so. Alex. Ja. Er so. Der Ding liegt offen. höfentlich ist offen. Bei ihm. Er hat, ähm... er hat 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 ähm... Das ist korrekt, das geht auch nicht. Und der Gegner ist einfach zu trich, okay, passt schon. Hat er beschworen? Nein, er kann nicht beschwören. Hat er aber beschworen. Wer? Nein, er hat ihn gebanischt, damit der Mann, wenn er nicht stirbt, dann endlich nicht weiter schießt. Vielleicht ist er auch einfach nur dumm. Warum? Weil du mir Antimakrasen Duff B gespielt hast, so wie ich heute habe. Ich hab den einen nur durch meine Antikarten Main geflickt, Antimakrasen Duff, LKM und Kurosierungen. Der hat echt geleidet. Der hat echt geleidet. Er hat echt geleidet. Er hat echt geleidet. Er will so kondisieren, schießen und sagt, mag ihr? Ich geb ihm Video, ich geb ihm Story. Oh mein Gott, er so? Okay. Ja, okay. 2-0 gegeben, weil er belastet. Da kam alles bei mir. Ja, schau mal, wer ist die dritte Runde? Wir wollen Spaß haben. Wir wollen sehen, wie die Gegner leiten. Wir wollen selber nicht leiten. Und John gerade, ich hab das gefällt mir gesehen. Das war halt alles krass. Aber das ist ein krasseres Bild, was ich jetzt gesehen habe. Das ist Magician mit Performarschaft. Nein, das Spiel habe ich nie gesehen. Ich habe entweder mein Magician gesehen oder Magician mit Magispectrum. Aber mit Performarschaft habe ich gar nicht gesehen. Nee, ich nicht. Also ich persönlich, das ist richtig, das ist echt übel. Ja, ja. Und dann kannst du da mit Pendel McCall. Wenn du mit Pendel McCall diesen einen Clown abschmeißen, dann kommt der aufs Feld durch. Eure andere. Dann kannst du vielleicht Jugger machen und fangen und fangen und fangen. Das ist viel besser. Viel besseres Ding. Aber ihr habt gegen diese ganzen Antikarten keine Chance, wenn sie überliegt. Wie stehst du? Das hast du gewonnen gehört. Hätte ich nicht erwartet. Hätte ich nicht erwartet. Wenn er weiter spielt, macht er Ziel der Ball. Ich fange mit Endschläte. Und bin ich mit Endschläte. Ich sage, bist du? Okay. Und dann Endschläte meine Partie gif. Ich hätte auch die Teil geben können durch Generationship. Aber? Hast du vergesst, ja? Ne, ich hatte eben alles offen. Und ich hätte eine Zeit der Cosmotauren dann nochmal über Cosmotaure legen können. Und dann hätte ich Generationship, ich hätte noch Destroyer-Fan. Ich hätte das gleich gemacht. Ja, aber ich habe ihn dann in einem Zeitzug. Einfach so. Der glaubt echt krass. Seid ihr uns verlieren? Nein, ich bin nicht. Ich bin heute auf Yu-Gi-Oh! Jetzt noch zwei Runden und dann schauen wir mal. Ja, ab nach Hause schlafen. Hast du gewonnen, Schau? Habe ich heute auch gesehen? Echt? Was? Weißt du? Ja, wegen Sense. Dann könnt ihr nicht aus dem Extra Deck pendeln. Wie war Turnier? Scheiße. Ich bin nicht echt nicht so gut heute. Warum nicht? Ja, null Konzentration. Ich habe auch keine Motivation gehabt. Wie soll man diese ausreden? Gestern hatte ich das erste. Teleport richtig soft. Geh da, Jungs, oder? Ich habe Ihnen einen Teleport ziehen lassen. Wie stehst du? Ich stehe... 2. 6-1. 2. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 5. 3. 4. 4. 5. 5. 5. dann ziehe ich den anderen nach und er kann ja nicht mehr spaschen, er kann nicht mehr Monster spaschen. Und die Yuki war dann noch so... Und die Yuki war echt krass, ne. Yuki zu krass. Ich hab die ganze Zeit auch aufgerufen, gell. Handel? Ja, ich hab die ganze Zeit, er macht immer Effekte und so. Ich so, nein. Er macht irgendwas, ich so, nein, Leute. Ich warte lieber. Er macht der Effekt von den Dingern, ich gebe den Wavering und so, wie zu krass. Schießt da seinen Taifun noch, gell. Oh mein Gott. Achso, ja, okay. Ich hab noch so Exzentry gemacht, schießt seinen Taifun und ich so, mein Gott. Freust du dich, Tati? Nee. Ich freu mich schon, Mann. Weißt du, worüber ich mich freue? Komm, mach jetzt deine Videoclose. Nein. Weil keiner auf mich hören wollte, Mann. Was? Ich hab mit Hong gestern geredet, er sagte, ich spiel Duft Main. Ich hab heute meinen Jungs hier gesagt, Mann, keiner wollte auf mich hören. Alle so, Tati, du bist endschlecht und so. Ich hab's den kleinen Pist an dir gezeigt, Leute. Und jetzt bin ich Tops und jetzt vielleicht gewinne ich nochmal. Und wenn nicht, egal, ich gewinne trotzdem irgendwas. An meine Fans, Leute, ich liebe euch, Leute. Was hast du gerade gespielt? Was hast du gerade gespielt? Top 16, das war Trella. Gewonnen, 2-1. Ich hab erstes Spiel verloren. Ich hatte Oberhand, ich hab ein Missplay gemacht. Ich hab Snow Revit zu früh aktiviert. Ich hätte warten müssen, bis er auf das Trivier geht. Ich weiß nicht warum. Ich hab auch lege Effekte gemacht. Aber er hatte noch enorme Summon. Und danach hab ich halt dann nichts mehr nachgezogen. Er hatte noch 200 Life Points, oder? Ich dachte, ich gewinne vielleicht noch, aber hab nichts mehr nachgezogen. Aber egal. Ich hab keine Boardes und Bot. Läuft einfach heute. Also ich hab noch nie so ein krasses Side-Bot wie heute. Gebaut und gespielt. Läuft Bombe. Ich hab wenige Karten geboordet. Die kamen immer gut. Ich geboordet habe. Was hast du gegen Teller geboordet? Ich hab gegen Teller geboordet mein drittes Base. Weil die auf Ding gehen, weil die viele Falle spielen. Zwei Degree habe ich geboordet. Mein Eccentric noch. Zusätzliches Out als Schutz entweder auf Monster oder auf Ding. Ich hab halt mal versucht, ein paar Main-Karten zu laufen gegen Teller. Ich hab hier raus. Ich hab noch einen Stormfort und einen Majestus-Field geboordet. Kein Horn. Hab ich mir überlegt, aber ich weiß nicht. Ich will dieses Horn, glaub ich, aus meinem Side klicken, weil ich bin kein Fan davon. Ich muss noch ein bisschen mehr mit der Karte testen. Ich hab so zu wenig gespielt. Wäre auch eine Option auf jeden Fall gewesen. Habs nicht gemacht. Aber eigentlich, Game Breaker war eigentlich... Einmal habe ich sein D-Nap integrieren können mit Solid Warning. Und die zweite Game Breaker-Karte war halt Degree. Weil er hatte vier Sets und konnte er nicht so machen. Da wäre Horn und so auch nicht relevant gewesen. Degree hat schon alleine gerissen. War schon geil. Ja. Jetzt Top 8. Bin mal gespannt. Oh Mann. Wo der Tag oder wo der Abend heute hinführt. Top 4 wäre geil. Wenn ich jetzt noch Top 8 gewinne, Top 4 noch. Dann... Vielleicht Finale. Aber mein Gott. Wieso nicht? Wieso nicht? Aber ich spiele heute aus... Ich spiele immer aus Fun. Aber heute habe ich mich zumindest ein bisschen konzentriert. Hab trotzdem viele Fehler gemacht. Ja, muss ich ehrlich sagen. Aber aus Fehlern lernt man. Und... Schauen wir mal wie es weitergeht. Ja Mann. Top 8 leider verloren. Aber er ein sehr guter Spieler. Gegen Pepe. Ehm... Guter Spieler. Game 1. Hat Ding entschieden. Hat Utopia entschieden. War... Guter, guter Move. Game 2 gab es noch hin und her. Aber ich hab dann echt noch... Hab dann gewonnen. Auch wieder durch meine... Gute Side. Vector Pendel und Wolverine Ice. Und... Game 3. Ein Time. Drei Züge. Ich muss anfangen. Vector Stopp! Vector Stopp! Vector Stopp! Vector Stopp! Und... Vector Geräusch. Ja, danke. Ein langer Tag geht zu Ende. Heute war schon ein geiler Tag. War cool. War geil. War echt schon lustig. Tati hat endlich mal gezeigt, was er kann. Was meinst du? Aber es steckt noch viel mehr Potenzial in dir, Alter. Alter, Tati ohne Witz heute echt rasiert, Mann. Du zeigst noch mal verfahren. Aber ich bin jetzt echt geschafft, Mann. Aber ganz ehrlich... Das letzte Game hat mich echt geschafft, Alter. Ich habe immer nur gehört, wie Tati früher krass war. Aber ich habe es noch nie miterlebt. Aber heute konnte er mich überzeugen. Ja, Mann. Gott sei Dank, Alter. Endlich habe ich es geschafft, Alter. Aber ich muss an Leistung natürlich anknüpfen, Alter. Aber es ist endschwer. Das Romat ist scheiße. Oder wirklich scheiße, aber... Ich habe heute echt gute Potenzialkarten entdeckt, Mann. Die man echt spielen kann in Zukunft. Oder die ich beziehungsweise spielen werde. Die heute echt krass kamen. Und... Gute Entscheidung für das Mittag getroffen, heute. Ja, Mann. Also ich denke... Ich denke, das kostet man auf jeden Fall. Das ist mein Nummer 1 Deck, Alter. Und schauen wir mal, wie die anderen Decks abgehen. Aber... Nee. Cooler Tag heute. Hat Spaß gemacht. Zwar lange. Wir müssen jetzt nach Hause fahren. Noch zweieinhalb Stunden. Aber es ist schon fertig. Also... Ja, wir wollen uns eh noch was essen gehen, aber... Es hat echt Spaß gemacht. Bisschen... Wir haben heute ein bisschen geleidet, Leute. Aber nur ein bisschen. Also ich zumindest. Ich... Die anderen... Die anderen ein bisschen mehr, Leute. Gute Lage. Ja, Mann. Du kannst ja eigentlich echt okay. Ja, Mann. Cooles Weiterzentrum hier in Stuttgart. Wir haben vorhin noch nie in München gesehen bei uns. Richtig groß, richtig fett. Ja. Ich glaube hier, die ganzen Jugendlichen, die haben einen guten Treff hier. Für die bestellt auch direkt noch mal. Coole Location. Also wirklich... Wenn noch mal ein Turnier hier in Stuttgart ist oder so, dann auf jeden Fall bin ich dabei. Ja. War ein geiles Turnier. Cooler Tag. Danke Jungs. Und jetzt können wir was essen. Wenn euch unser Video gefallen hat, checkt uns noch unsere anderen Videos ab. Ansonsten like und subscribe unten. Kommentiert alles, wenn ihr wollt. Checkt unsere anderen Sponsoren noch ab. Unsere Facebook-Seite wird auch immer neu aufgefrischt. Ansonsten like uns nicht. Ansonsten. Ansonsten. Ansonsten wieder. ить alle Parkین.